Herzlich Willkommen zur mittlerweile vierten Folge Patrizia4 mit Felix, Moin Moin. Immer noch das leitige Problem Holzbaumaterial, wie immer. Und natürlich jetzt brauchen wir eine ganze Menge an Tuch, das heißt wir sparen halt schon auf Tücher. Wenn unsere Produktion einmal gebaut wird, dafür brauchen wir halt Baumaterial. Und das nicht zu knapp. Und es gibt nirgendwo Baumaterial. Holz geht mittlerweile. Natürlich scheiße. Holz kriegen wir jetzt schon mittlerweile relativ gut ran, aber halt Baumaterial. Kriegst du da Baumaterial irgendwo da oben? Also Ziegel? Ja, aber nicht viel halt. Ich guck mal nach wie viel wir noch brauchen. 63 Holz, 155 Ziegel. Hm. Baumaterial fehlt, Baumaterial fehlt. Ja, schön. Ist halt schlecht. Ja. Ja, wir müssten dann jetzt schnellstmöglich gucken, dass wir London hinbekommen. Das wir dort halt unsere Tücher, beziehungsweise unsere Wolle selber produzieren könnten. Ja. Das wäre dann so der nächste Schritt, aber dafür brauchen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld. Ich denke mal so. Für die nächste Stadt, roundabout 100.000. Ich bin auch beschädigt. Oh. Hier gibt's Baumaterial. Und ich krieg nichts mehr in die Hütte rein, weil ich bin voll. noch mal was verkauft. Eingekauft. Sehr gut. Und wieder zurück nach Köln. In Riepen gibt es Ziegel. Kannst du vielleicht auf dem Rückkehr nochmal in Riepen vorbeikommen? Ja. Weil ich denke mal, wir sollten jetzt auch äh... Dann... Genug. Also ich hab jetzt 80 und 53. Also 80 Holz, 53 Dings. Holz würde reichen. Baumaterial. Okay. Fehlt... Oh, jetzt baut er hier schon eine Münze. Restliche Bauzeit. Ich hab 36 Holz, 34 Fliege. Also nicht wirklich viel. Aber unsere Gebäude sind noch nicht im Bau. Schade. 47 Bettler in der Stadt. Aber 2600 Einwohner. 60% Auslastung. Okay. Wenn wenigstens schon mal ein Gebäude von uns gebaut wird, wäre ja echt schon mal nicht schlecht. Damit man sieht, wie lange die Bauzeit ist. Und wie gesagt, der Bedarf geht natürlich ja dann auch noch durch die Decke. Tuch kommt. Tuch kommt ins Kontor. Stockfisch für euch. So. Stockfisch für euch. Sehr schön. Wir sind mittlerweile nicht mehr der schlechteste oder nicht mehr der unbeliebteste Bürger sozusagen. Wir sind bei 57 bis 56 Prozent. dieser Klaus Ahab, der hier Bürgermeister ist, hat 100 Prozent ansehen. Ja. Aber warte ab, wenn wir jetzt hier anfangen. So mein Schiff ist leer. Ja. Ne, es fehlt immer noch Baumaterial. 27 Holz, 78 Ziegel. Immer noch. Gibt's doch nicht. Warum? Weil wir es können. Ich glaube der falsche Kommentar in den Zusammenhang. Da gibt's Ziegel. Ich habe Ziegel gefunden. Hamburg produziert auch Ziegel. Schiff voll? Noch nicht. Nein. Schade. Zu teuer. Zu teuer. Zu teuer. Zu teuer. Oh, 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 oh. Ich hole dich ein. Judas. Viel Spaß dabei. Nee. Ich hoffe ich nicht. Hallo. Wo ist mein Schiff? Direkt neben meinem? Ja. Ja, ich habe es gerade gesehen. Baumaterial. Baumaterial. Noch mehr Baumaterial. 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 Warum da ja fehlt? 158… Ziegel. Warum da jetzt auf einmal schon wieder so viel? Die Münze wird… Da habe ich gerade entlahmen, doch? Ja, aber es ist mehr geworden. Dann kann sie nicht beantworten. Ich hab grad bei uns was gekauft, aber mehr nicht. Aber der baut schon wieder ein Wohnhaus. Noch ein Wohnhaus. Es sind gerade mal 59 Prozent. Er sieht halt die Möglichkeit bei uns darauf die Geld zu machen. Aber guck mal. Unser Wohnhaus ist ziemlich gut gefüllt. Wir geben aus 20 und verdienen 77. Sind gut. Wir brauchen mehr Wohnhäuser. Warte mal, wo ist denn unser Kontor? Bilanz. Mieteinnahmen. Na gut. Wir geben halt aus in einem Monat 500 an Grundsteuern und machen 1700 Einnahmen. Sei es durch die Miete. Na gut. Da sind aber auch die beiden Dings mit drin. Sollten wir vielleicht nochmal ein paar Häuser bauen, wa? Na gut. Ein Haus kostet 20.000. Ich denke mal, da machen wir in der Produktion erstmal mehr Geld. Gut. Unser Schneider ist im Bau. Beide Schneider sind im Bau. Ein Tag ist der eine fertig. In acht Tagen ist der zweite fertig. Du hast nun zum ersten Mal einen Betrieb errichtet, der Rohstoffe für die Produktion von Waren benötigt. Bitte denke daran, dass diese Rohstoffe täglich in deinem Kontor verfügbar sein müssen. Denn ein Betrieb nimmt sich Rohstoffe immer aus dem Kontor. Hast du das gehört? Ja. Gut. Wir brauchen Tücher. Ja, wir brauchen nur Tuch für die Produktion von Kleidung. Dann kaufen wir hier mal Tücher ein. Und das ein. Davon so ein bisschen was. Unsere Produktion läuft auch gerade mal zu einem ganz geringen Prozentsatz. Hast du mir einfach was anderes erwartet? Na gut. Wir haben elf Angestellte von 25 und machen 0,4 Kleidung am Tag. Oh. Also ich wenig. Und verbrauchen dementsprechend aber auch 0,4 Stoffe pro Tag. Ja. Hm. Erhöhung der Produktion. Hanseweit kann Salz so gedacht, dass Köln nur beschlossen hat, eine Prämie für die Errichtung zweier Betriebe auszusetzen. Für zwei Salzdinger kriegst du 10.000. Und ein Teil kostet 15.000. Ne, brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Ach Mist, mein Schiff ist schon wieder voll. Ich hab dir angebogen mein Schiff zu nehmen, aber wenn du nicht willst. Oh. Warum haben wir so wenig Geld? Ist das schon voll? Du meinst leer. Warum haben wir das nicht mal? Na gut. Du musst bedenken. Wir haben alleine. Alleine. Ähm. 128 Tücher im Wert. Und das wird viel, ja. 128 Tücher mal 180 Wert. Alleine die Tücher sind äh, schon über 23.000 wert. Sonst sind wir bei 50.000. Ja, ein bisschen nur. Wie gesagt, dann ist mein Schiff hier noch komplett voll. Meist das nicht? Auch immer. Oh, da ist ja auch nicht mehr drin. Wein ist da drin. Stoff ist da drin. Nochmal 60 Stoff. Okay. So. 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 So ein bisschen dickele. So. 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 Okay. So. I roses. So. So. Gut, was konnten wir hier noch produzieren, was wir machen wollten? Hanf, Salz, ne eigentlich gar nichts. Ja gut, wir müssen halt unser Ansinnen jetzt noch steigern. Da sind wir bei, oh, Null. Das klingt doch schön. So, ich gucke mal, was ein Konto hier kostet. Wo ist denn der Baumeister, da ist der Baumeister. Oh ne, das war in der Gilde, Mitgliedschaft. Ein Ansehen von 25% müssen wir in London haben. London fehlt aktuell Felle und Gewürze sowie Fleisch und Wein. Wie gut, dass ich Wein dabei habe. Und Kleidung habe ich auch dabei. Ach ne, du fährst gerade aus Sackenbüro los, dann fahre ich mal nach Edinburgh. Wir haben ein Ansehen von 4%, wir brauchen 25%, ok. Mal gucken, was hast du so schönes dabei. Holz, Tücher, Kleidung, wo ist die Kleidung her? Von dem, wo ich gerade her kam. Aber Kleidung produzieren wir jetzt doch selber. Ich habe es nur mitgenommen, weil es so billig war wie es geht. Ok, dann wird es Zeit, dass wir es noch billiger herrschen als es geht, wa? 1,7 Kleidung stellen wir jetzt am Tag her. Unser Produktionspreis ist 420. Ok. Aktuell. 2,5-4. 1,8,5-5, 6,5. 1,8,5-5,6,5,6,6. Jetzt können Sie uns auch mitnehmen, wo du genau das ist. Ne, 2,8,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,4,6,7,7,7,8. Und jetzt wird der Schilder. Dr. Stefanus. gut aber wir müssen jetzt zusehen kacke was dass wir unser ansehen da hoch bekommen in london ich bin doch bei drei prozent fälle und solche geschichten halt ich fahr mal rüber holz brauchen sagt er ja fälle fälle gibt es in riga fahr ich danach mal echt jetzt der baut schon noch ein haus der boeiter wie wir heute wieder noch bauen der köln wohl noch einiges vor der köln der köln der köln der köln der köln doch so ansehen london auf fünf prozent von 25 der köln 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 ich fahre mal zurück nach london ok wir haben noch 205 tuch da so bist du da ne bist du nicht da angekommen in da wo ich okay also holz brauchen sie fälle fleisch holz fälle fleisch hast du in köln kleidung mitgenommen ich hab gar nicht mitgenommen ok das ist schlecht köln hat mittlerweile 2800 einwohner aber unsere produktion ist auch voll wir sind auf maximal produktion mit zwei kleidung pro tag zu dem preis von 400 stehen wir jetzt hier also sogar noch besser problem ist wir haben mittlerweile schon 35 klar darum liegen und das tuch könnte dann jetzt bald langsam eng werden also wir müssen jetzt zu das war london da hoch bekommen wirklich massiv wirklich massiv ja wohin des weges reisen da ich fahre nach oslo was willst du da nach so sachen wie im stockfisch gucken sonderbruch holz ich vergesse jedes mal auf die scheiß da drauf ich vergesse jedes mal auf die scheiß da drauf ja ja das vergesse ich aber auch immer wieder aber warum haben wir denn auch nur noch 14.000 weil wir es können wir haben zu wenig geld so was brauchten die holz ne holz gibt es ja auch eine ganze ecke wieder fälle wollten die auch haben fleisch gibt es hier nicht gibt es hier irgendwo fleisch es produziert keiner fleisch hier drüben oder was tatsächlich nicht da gibt es fleisch dann fahren wir mal da hin aber wenn du dann eh gleich in london angekommen bist wo wahrscheinlich wieder auf 0% runter gefallen sind 1% oh ne 1% uuuuuh erzähl mal was noch schönes gibt ähm holz honig honig salz bei hier steht hese kleidung das ich fisch geholt hab rotz und noch fisch pech welle bleisch wein und gefürzt geht sogar eigentlich Wieviel Stoff hast du noch? weil wir haben 181 stoffe jetzt nur noch in köln hat keine wir haben ja noch ein bisschen zeit was baut denn da oben schon wieder noch ein wohnhaus alles klar da ist noch ein wohnhaus im bau ist ja auch kein wunder wenn er hier so viele wohnhäuser baut dass hier alles voll ist gut aber schauen wir mal bei der nächsten folge schaffen in london ein ansehen von 25 prozent zu erreichen oder ein bisschen nächstes mal und tschüss